GTA 5 Mythos Nummer 2 Man kann ein Benzinkanister in der Hand eines NPCs explodieren lassen. Ihr wisst ja hier die Benzinkanister in GTA 5, Leute. Wenn man hier Benzin hinkippt und dann da drauf schießt, Leute, dann fängt das natürlich an zu brennen, Leute. Und der Mythos besagt, dass dieser Kanister explodiert, wenn wir da jetzt drauf schießen, Leute. Wenn euch das ganze Thema rund um GTA 5 interessiert, Leute, dann lasst jetzt gerne ein Like und ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir testen das jetzt in 3, 2, 1 und... Hä? Leute, da passiert ja einfach gar nichts, Leute. Das fängt nicht mal an zu brennen. Okay, Leute, der Mythos ist auf jeden Fall widerlegt, Leute. Und in dieser Episode werden wir noch einen zweiten Mythos testen. Und zwar, Leute, kann man einen Hai mit einem Molotow-Cocktail im Wasser erledigen, Freunde? Wir finden das Ganze raus in 3, 2, 1 und... Nein, Leute, der Molotow-Cocktail geht einfach direkt aus und den Hai interessiert es einfach gar nicht, Leute. Jetzt liken und abonnieren. Und dann, Leute, der Molotow-Cocktail geht einfach direkt aus. Und dann, Leute, der Molotow-Cocktail geht einfach direkt aus. Und dann, Leute, der Molotow-Cocktail geht einfach direkt aus.